Ja hallo zusammen, mein Name ist Sven. Ich wollte euch nach und nach immer mal ein paar Mopeds vorstellen. Wir fangen mal an heute mit meiner Herkules Ultra RS 80 AC. Die musste heute mal wieder bewegt werden und die habe ich seit 2011 in meinem Besitz. Ist relativ original, bis auf die Stahlflexbremsleitung und die Sitzbank wurde schon mal von der Polsterei und Kirschenreihe Ernst in Witten neu gemacht, weil die alte rissig war und ein paar Löcher hatte. Motor ist original, 8,5 PS. Auch der Auspuff läuft laut Tacho so gute 90. Hat jetzt gelaufen 16.885 Kilometer und ist ansonsten mit ein bisschen Patina in ziemlich schönen Originalzustand. Ich werde es jetzt mal anmachen, mal kurz laufen lassen. Ja, läuft schön. Ist Baujahr 82, eine von den ersten. Ist auch relativ selten. Da sind nur etwas über 600 Stück von gemacht worden, von der luftgekühlten Version von der RS. Die wassergekühlte gab es glaube ich ein bisschen häufiger. Hat damals gekostet knapp 4000 Mark und war eigentlich die Sparversion von Herkules. Damit wollte man noch mal die Japaner angreifen. Hat im Endeffekt nicht geklappt. Ja, soweit. Beim nächsten Mal kommt ein anderes Modell dran. Schönen Tag noch.